Arschloch! Hey! Wach auf, Mann! Hast du ein Problem, Mann? Hast du ein Problem, Mann? Du hast meiner Freundin neulich H verhökert. Das hätte sie fast umgebracht. Was war da dein Ratengift? Es ist nicht meine Schuld, wenn deine Freundin nicht mit Drogen umgehen kann. Gib mir jetzt verdammt nochmal die 20 Dollar wieder! Hey, Moment mal, hier gibt's keine Geld-zurück-Garantie. Ich verkauf keine Kühlschränke. Tatsächlich! Ich sag dir was. War eins für dich. Ich mach dir ein Ding mit Super-Mexikanisch-Made. Ja, du kannst mir meine 20 Dollar wiedergeben, oder wir gehen kurz raus. Dann hört sich einer von uns wehtun, schätze ich. Ich sag doch einer von uns, tut sich weh. Da hast du verdammt recht! In letzter Zeit fällt mir das Schreiben ziemlich schwer. Ich fühl mich wie ein Staat. Und dann plötzlich der Flash. In wunderschönen Fragmenten oder in schrecklichen Albträumen. Wie ein Horrortrip. Total high. Wie ein Horrortrip. Untertitelung des ZDF, 2020